So, Bowsers Juniors, Airship, Luftschiff, ist glaube ich jetzt wieder ein etwas normaleres Level, naja, ach komm, was soll das denn? Kann ich mich da raufstellen? Ach so. Stimmt es, dass das vergewaltigte Scheiß ist? Und ja, okay, ich kann ihn nicht erreichen. Ja, haben auch schon andere versucht. Okay. Ich finde aber dann, dass man die kleinen Geister auch hätte weglassen können, falls das funktioniert hätte oder dass so eine Kette bilden muss, weiß ich jetzt nicht. Oh, Junge, rauf. Ah, oh, die Geister sind vielleicht dazu da, dass man nicht von unten da... Okay, okay, ja, 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 ja. Auch knackig, aber da bin ich schon viel mehr motiviert, das auch zu spielen. Ja. So. Nee, du bist doch so... Ach Gott. Warte, das... Das sind die schönen... Das sind die schönen Dinge des Lebens, die ihr da hört. So. So. Ach so, okay, nee, 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 nee. Ich weiß, wie ich das machen soll. Okay, 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 das ist einfach. Das ist voll einfach. Alter, das ist so einfach. Ich hab nie so was Einfaches in meinem Leben gesehen. Alter, das ist so einfach. Nee, ist nicht einfach. Doch, das ist einfach. Das ist... Das werdet ihr jetzt sehen, dass das einfach ist. Und zwar muss ich einfach den hier machen, dann muss ich den hier machen, dann muss ich den... Das ist nicht einfach. Oh Mann, ey. Was war das denn jetzt wieder für eine Aktion von mir, Alter? Ah, da wäre ich hier beinahe runtergesprungen. Ha! Ja. Warum mache ich denn so einen Scheiß? Das war der dümmste Tod überhaupt. Warum guckst du nicht nach oben, Mario? So. Haha. Was ist denn jetzt los? Dieser Sprung ist so einfach. Uuuuh. Und da, wo ich weiß, wie er geht, geht aber nichts mehr im Leben. Oder wie? Äh. So. Das Gamepad wird dieses LP vielleicht nicht mehr überleben. Gibt's die so im Handel? Die Gamepads. Falls es kaputt geht's. So. Okay. Einfach so? Ja, 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 ja. Das ist ziemlich einfach. Das ist doch einfach. So, okay. Oh, hüpfende, brennende Fische. Okay. Oh, das ist ein bisschen random. Das ist ein bisschen random. Oh mein Gott. Ey, scheiße. Das ist random. Das ist scheiße. Man kann das nicht... Die fliegen so hoch. Da weiß man... Ich muss mich, glaube ich, eher an den Rand stellen. Mach ich einfach mal. Das nenn' ich immer Geisterbahn, Leute. Oder? Da. So. Okay. Hör auf. Hör auf. Gott. Okay. 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 So. Ja, aber jetzt fallen die halt auch wieder anders runter, ne? Das ist so ne Scheiße. Das ist so random. Da kann man nichts mehr, wenn man stirbt. Das ist unfair. Oh, ich falle in die Lava. Oh, doch nicht. Oh. Okay. So. Gut. Okay. Gut. Das war jetzt ein bisschen... Oh, früh, aber hat geklappt. So. Nice. Der ist schon mal tot. Weil der hat genervt. Fuck! Das ist unfassbar! Mann! Das regt mich auf! Echt, ey! Mann! So. Okay. Gut. So. Okay. Ach du Scheiße. Gut, 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 gut. So. Okay, der fällt runter. Ohoho, du Scheiße. Ja, hier sieht man die. Hier sieht man die. Hier ist es nicht mehr so random. Okay, die kommen zwar von unten angeschossen, aber... Aber... Dann wird's wieder random. Also, die Mitte ist etwas einfacher, berechenbarer, aber für mich ist das so viel random shit. Gut. Da kann man nämlich nichts für, wenn die einen erwischen. Wenn die einfach hingeballert kommen und du nicht weißt, woher die kommen, nur dass du das ein bisschen abschätzen kannst. Und das ist scheiße. So. Och, du Scheiße. Okay. Okay. So. Gut. Okay. Aber schon besser das Level als diese beiden Kaizu-Dinger davor. Okay. Ey! Mann! Das regt mich so auf. Man kann ja nichts dafür, wenn man da verreckt. Und hier ein Secret Pils ist hier auch nicht, ne? Ey, Mann. Mann. Mann, 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 Mann. So. Oh. Gut. Okay. Fuck! Das war zu früh. Oh, ich fall in Lava. Oh, doch nicht. Oh, ich fall in Lava. Ich fall echt in Lava. Ey, jetzt hör auf. Hör einfach auf. Frag mich, ob das so geht, dass man das so machen kann und dann... Alter, ja, ja, ja. Was mach ich hier, Alter? Ja. Du regst mich auf. Du Stück. Okay. Okay. Mach doch! Oh mein Gott, das war knapp. Ach du Scheiße! Wärts zu schön, wenn ich den noch irgendwie erwischt hätte. Oh, oh. Ich fall in Lava. Oh, doch nicht. Oh, ich fall in Lava. Oh, doch nicht. Oh, ich fall in Lava. Oh, doch nicht. Oh, ich land auf dem Boden. Oh. Äh, doch nicht. So. Kein... Keine Kanone, please. Danke. Gut. Fliegender Fisch. Okay, du kommst runter. Da kommt jetzt noch einer runter. Okay. Jetzt kommt hier aber einer hochgeschossen. Wow, 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 wow. Okay. Ihr seht, wie viel Glück das ist. Okay. Ah, fuck. Ich fall in Lava. Oh, doch nicht. Ich fall in Lava. Oh, muh. Ich fall wieder in Lava. Oh, muh. So. Nein. Ah. Oh, die Kanone kommt nicht. Okay. So. Okay. Er schießt ab. Ah, okay. Scheiße. Wow. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck. Fuck. Fuck, Alter. Fuck you hard, Alter. Boah. Oh, ho, 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 ho. Hör auf, hör auf. Fuck you. Fuck, Alter. Fuck. Boah, wie oft hab ich jetzt fuck gesagt? Auf jeden Fall. Oh, ho, ho. Fuck. Zu oft. Oh, fuck. Stehenbleiben. Gut. Das weiß ich jetzt auch. Das ist mir viel zu random, Alter. Ich kann doch nichts dafür. Ich kann doch nichts dafür. So. Oh. Ah. Ha ha ha. Neh. 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 Fuuuck. Okay. Och du Scheiße. Der taucht ja ab. Okay. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hä. Hä. Ey das ist auch schon ein bisschen try and error ne. Weil das halt voll random ist. Und du einfach so lange es versuchen musst bis es klappt. Weil die kommen immer anders, kommt halt darauf an, wie du auch die Plattform nimmst. Wie schnell du die Plattform nimmst, kommt auch ein bisschen darauf an. Das heißt, auswendig lernen ist nicht. Und selbst auswendig lernen wäre schon scheiße, aber... Weil es halt auch random ist. Guck, ich hätte jetzt auch eine Sekunde später die nehmen können. Dann wäre aber die Flamme anders gekommen, weil man hat die schon so ein bisschen im Screen gesehen. Und das ist einfach brutales Bullshit. Scheiße. Einfach scheiße. Das ist krass. Ein Schramme hat es aber nicht. Oh, du Wichse, Alter. Entschuldigung, aber... Oh, hallo. So. Beinahe wieder gestorben. Lieber Torben. So. Kann es sein, dass ich mich einfach nur in die Mitte hinstellen muss? Nee, das kann nicht. Das kann nicht so einfach sein. Oh Gott. Oder kann das doch so einfach sein? Nee, ich bin mir sicher. Haha. Ich versuch's jetzt einfach. Stell mich jetzt... ...diese Schraube in die Mitte und lass mich fahren. Nee, ich bin ja da deswegen einmal gestorben. Nee, du bist so... Also ich bin jetzt wieder weniger motiviert, den Level zu spielen, weil das einfach random ist. Das ist so random, wie die kommen. Das ist so eine Scheiße. Das ist Scheiße. Das ist Scheiße. Entschuldigung, aber... Oh Mann, ey. Das fuckt mich so übelst ab gerade. Ich bin richtig genervt davon. Wie die kommen. Ach, du Scheiße. Okay, ich stelle mich mal in die Mitte. Hi. Keine Ahnung, ob ich den Schnitt überlebt hätte. Wow. Krass. Es scheint zu funktionieren. Okay, das hätte mich getroffen. Und jetzt, ja... Jetzt ist es wieder völlig... ...random. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Okay, und jetzt muss ich mich... Jetzt kommen die hier nochmal. Ja, ja, ja. Und jetzt muss ich mich hier hinstellen. Junge. Ja! 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 Wie soll ich dem Schaden hinzufügen? Moment mal. Kann ich die nicht einfach umgehen? Ich hasse dich. Ach nee, da muss ich... Scheiße! Ich hab die Röhre gar nicht einberechnet. Achso, so einfach ist das. Aber ich muss den ja jetzt irgendwie besiegen. Ach, du Scheiße. Wie soll ich den besiegen? Wie soll ich den besiegen? Mal so eine Frage. Kann er sich irgendwie selbst verletzen? Oh, du Scheiße. Hey, verstehe den Kampf nicht. Wow. Chill dein Leben. Warte. Warte. Ja, super. Ich kann... Kannst du mich bitte killen? Ja, komm. Komm näher. Bring mich um. Willst du mich ficken, oder? Willst du mich... Ficken? Okay. Alter! Du verdammtes Bananenbrötchen aus Knoblauchwurst. Was ist denn los mit dir? Alter. Ach du! Nein! Brrrrrr! Ne. Ne. Ne, 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 ne. Der muss sich irgendwie selbst... ...töten. So. Nein. Komm näher, komm näher, komm. Komm, komm. Geh dich, geh dich, geh dich, geh dich. Oder komm. Oh, lol. Oh, lol. Na, super. Boah, bist du ein Streifenwagen, Junge. Ich verstehe das... Ich verstehe den Kampf nicht. Das ist voll das komischste Level, das wir jemals hatten, Alter. Ne. Das muss ich ja noch nie gesehen. So, warte. Ich stelle meine Clown-Kutsche hier ab. Oh, oh, no! Oh, oh, Gott. So, komm her, komm. Töte dich selbst. Ah. Tch. Ha, 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 ha. Ah. Hhh. So. Ich verstehe einfach nicht. Selbsttöten, aber... ...das ist... ...komisch. wirklich habe ich noch nie gesehen so kommt einfach scheiße ab kommt er direkt zu dir selbst ich hasse dich ich hatte keine idee die kann ja die kann er kann das könnte klappen ok 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 das ist zwar der seltsamste kampf den ich jemals gesehen habe und somit auch der nervigste meiner meinung so er muss jetzt hier hinkommen komm her komm her komm her ok ja jetzt tötet er sich vielleicht selbst genau das wollte ich genau das wollte ich genau das wollte ich genau das wollte ich ja 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 komm mach weiter komm mach weiter NIEIN also so kann man den kampf eigentlich ganz sch- kann man es schaffen so kann man es schaffen merkt mir das ja komm her jetzt bringt er sich so vielleicht jetzt noch um wenn er so den panzer wirft ja aber er darf sich halt nicht zu früh umbringen er muss hier schon hinkommen er muss hier schon hinkommen er muss hier schon hochkommen nein nein wie ja Naah! Nein! Loll! Komm! Komm hier hoch! Komm hier bitte irgendwie hoch! Ja! Nein! Dann wird's so lustig, Alter, wenn der hier hochkommt, ne? Also, ob das klappt... Ne. Ich muss da sofort hinrennen! Sofort hinrennen! Also, wenn das nicht mal komisch ist... Digi. Ich kann ihn irgendwie von der Seite treffen. Aber wie? Ey, komm, das ist so unstrukturiert hier gemacht. Komm, bring mich bitte um. Bring mich bitte um. Danke. Also, wenn dieser Geist halt nicht wäre und ich auf Neustart und drück müsste und dein Checkpoint dann weg wäre, hätte ich abgebrochen, weil... So ein... So ein... So fatale... Levelfehler hier irgendwie. Und dann muss halt die Zeit abwarten und das ist dann noch... So was hatte ich ja. Hatten wir ja auch mal. Wo man die Zeit dann abwarten musste. Komm. Komm, Stucky. Das ist so ein Scheiß! Ah, lol. Wäre cool, wenn ich doch irgendwie die Cloud-Kutsche reingekommen wäre. Keine Ahnung. Kann man bestimmt hier auch irgendwelche Glitches auslösen, da bin ich mir sicher. Aber das kann ich nicht. Ich muss da, glaube ich, sofort unter den Behut. Ich muss einfach... Ich muss das Risiko eingehen, weil ich so oder so sterbe. Dann, wenn ich das Risiko nicht eingehe. Ähm, ja. Na super. Ja. Also... Komisch, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler sein soll hier. Weil... Ja. Der Buu kann dich da halt rausholen. Und nicht dann umbringen. Aber sonst müsste man die ganze Zeit abwarten. Bis man tot ist. Bis zum Time-Up. Und das ist... Vergewaltigungs-LP. Komm. Ja. 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 Komm doch mal. Yes. 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 Hehehe. Hehehe. Leck mich. Hehehe. Okay. Das muss ich machen. Ich sehe nichts. Ich will da nicht hin. In diese komische Todesparcour. krank. Willst du mich verarschen? Aber... Das mit Bowser Jr. haben wir jetzt so ein bisschen rausgekriegt. Komm her, Shoggy. Ja. Okay. Okay. Scheiße, 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 scheiße. Okay, okay. Ich will ihn ungefähr... Ja, ein bisschen höher möchte ich ihn haben. Okay. Scheiße. Oh, dieser Bowser... Ey. Ey. Ich hätte einen Wandsprung machen können und dann einen Drehsprung und dann drüber. Ja, ich kann das eigentlich noch schaffen. Ha, 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 ha. So. Ja. Ja. Nein. Bleib doch da. Bleib doch da, du Bastard. Ja. Ja. Ja, komm, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Nein. Ja, ja, ja. Mach. Ich will Sie sich selbst umprägt, aber das ist wirklich so die einzige Idee, wie ich das denn sonst lösen soll. Und warum soll ich einen Kampf durch, ich sag mal, Bug-Using? Weil er tötet sich ja irgendwie durch komische Bugs selbst. Und warum ist denn das so gewollt? Ernsthaft, warum denn? Warum denn so? Das ist unschön. Ja, nein. Oh Gott. Das ist so eine... Genau so was ist das. So eine... Scheiße. Wow. Ja. Alles ist gut. Ja. Ja. Dankeschön. Dankeschön. So. Meinst du, ich schaff das so... Oh. Jetzt. Oder warte, warte. Alter. Nee. Das ist auch nochmal so unnötig, das Ende. Also... So komisch einfach... So unfassbar komisch. Das ist das seltsamste Level im ganzen Let's Play. Die haben sowas auch nie gesehen. Und da ich ja das Ende jetzt kenne, möchte ich auch dafür keinen Stern geben. Weil mir gefällt das nicht. Okay. Vor allem das hier, dieses Bug-Scheiße, diese Fehler-Scheiße hier einfach, Alter. Wirf, wirf, wirf. Wirf! Das kann doch nicht sein. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Okay, ich lebe noch. Komm, bring dich um. Ja, super. Ich will das nicht. Wir haben uns hier versammelt, weil wir das alle nicht wollen. Vor allem, dass man ganze Zeit weggeschleudert wird. Das ist so ein Fuck. Ja, Bongo. Haha. Deine Butter. Hihihi. Okay. Nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Jetzt hab ich dich. Ja. Du Lucha. Es ist scheiße. Schade, dass ich die Cloud-Kunsche nicht mitnehmen kann. Wirklich. Das wäre zu... Schön. Okay. Nein, die waren kurz hinter dem Ziel. Lel. Nein. Ich muss mal zu denen gehen, weil die waren ja eben hinter dem Ziel irgendwie. Und das ist auch komisch. Was soll denn das da am Ende überhaupt? Mann, was hat man sich denn dabei gedacht? So. Okay, 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 okay. Ja? Ich hasse dich, du Bastard, ey. Was ist das hier eigentlich für ein Rasierkäfig, Mann? Voller, seltsame Battlefield, ey. Jetzt töte dich doch selbst. Du Bastard. Danke. 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 Gut. Oh, wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, ey. Krass! Lel! Nein! Der kommt! Ich versuche mal, jetzt nach vorne zu gehen. Alter! Okay. Ja! Okay. Ja! Oh, Gott. Ja, dass ich Erster bin, glaube ich, ey. Das kann doch gar nicht sein, ey. Boah. Tschüss.